Um einen neuen Termin in Outlook zu erstellen, können Sie auf zweierlei Arten vorgehen. Entweder machen Sie an der benötigten Beginnzeit, also am Beginn des Termins, ein Doppelklick. Achten Sie darauf, dass Sie auch den richtigen Tag erwischen, wenn der Termin beispielsweise morgen stattfinden soll. Ein Doppelklick, morgen um 9 Uhr, erzeugt einen neuen Termin. Der Beginn ist dann bereits festgelegt, das Ende eine halbe Stunde später. Das ist allerdings eine Einstellung, die man in Optionen auch ändern kann. Geben Sie dann noch einen Betreff ein und gegebenenfalls einen Ort, wenn nötig, und beachten Sie die Erinnerungszeit. Outlook verwendet standardmäßig 15 Minuten. Direkt darüber können Sie festlegen, was Sie während dieser Zeitspanne machen von 9 bis 9.30 Uhr. Sind Sie in der Zeit beschäftigt, werden Sie gegenüber anderen, die Sie zu einer Besprechung einladen wollen, als beschäftigt gekennzeichnet. Außerdem verwendet Skype diesen Zustand. Wenn Sie hingegen eine andere Auswahl treffen, hat das Konsequenzen für die Wahrnehmung durch andere. Wenn Sie beispielsweise angeben, dass Sie abwesend sind, bedeutet das in der Regel, dass man so interpretiert, dass Sie vielleicht nicht genau um 9.30 Uhr zum nächsten Termin vor Ort zur Verfügung stehen, weil Sie erst anreisen müssen. Die Option, an einem anderen Ort tätig zu sein, verstärkt diesen Eindruck noch. Mit Vorbehalt ist natürlich wieder die Frage, was Sie damit meinen. Grundsätzlich sind damit natürlich Termine gemeint, bei denen Sie nicht genau wissen, ob die wirklich so und in der gebotenen Länge stattfinden. Ich würde dazu raten, davon abzusehen, mit Vorbehalt zu häufig zu nutzen, weil letztendlich dann keinem damit gedient ist und niemand weiß, was eigentlich stattfindet. Planen Sie dafür Ihre Termine lieber ein bisschen sorgfältiger und vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen präziser. Sie können ja das Ende auch variieren. Niemand zwingt Sie dazu, immer in halben Stunden Abschnitten zu planen. Sie können auch hier tatsächlich einfach 9.10 Uhr eingeben. Auch das kann Outlook verarbeiten. Sollte es sich bei diesem Termin um einen Wiederholungstermin handeln, dann legen Sie das als Serientyp fest. Wenn Sie beispielsweise jeden Mittwoch mit Ihrer Kollegin telefonieren möchten, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, dann gehen Sie auf Serientyp und legen Sie fest, dass es sich dabei um einen wöchentlichen Termin handelt, der jede Woche am Mittwoch stattfindet. Sie können das Ganze natürlich auch etwas strecken und beispielsweise nur alle 14 Tage miteinander telefonieren. Die Frage, wann das Ganze endet, können sowieso nur Sie beantworten. Letzten Endes schlägt Outlook immer kein Enddatum vor. Wenn Sie aber genau wissen, dass das Ganze nur während eines Projektes nötig ist und in vielleicht drei Monaten endet, dann können Sie entsprechend die Wiederholung auf sechs Termine begrenzen. Sechsmal alle zwei Wochen sind ja dann in etwa drei Monate. Klicken Sie auf OK, um dieses Serienmuster zu speichern. Das gilt jetzt natürlich nur für diesen Termin. Sie können es hier auch nochmal nachlesen. Dieser Termin steht jede zweite Woche am Mittwoch an, im Zeitraum von 15.07. bis 23.09. eben von 9 bis 9.10 Uhr. Beachten Sie auch, dass jetzt Beginn und Ende natürlich verschwunden sind. Das heißt letzten Endes, dass Sie den Serientyp wieder nutzen müssten, um auch Beginn und Ende noch zu verschieben. Hier können Sie die Uhrzeit wieder ändern, wenn nötig. Abschließend speichern und schließen Sie diesen Termin. Im Ergebnis erscheint er jetzt am 15. zum ersten Mal im Kalender. Am Kalenderblatt können wir sehen, dass am 29. auch ein Termin drin steht. Und das ist natürlich der Serientermin, den wir gerade eingetragen haben. Über die Schaltfläche Neuer Termin hätten wir den Termin auch erstellen können. Dann hätten wir aber mehr Daten selber eingeben müssen. Outlook nimmt in diesem Fall immer die Startuhrzeit des aktuellen Tages. Hin und wieder haben Sie auch Glück, dass er vielleicht gerade die aktuelle Uhrzeit nimmt. Das hängt wieder davon ab, wo Sie zuletzt hingeklickt haben. Letzten Endes ist es relativ unwahrscheinlich, dass er genau die Uhrzeit vorschlägt, zu der das Ganze auch beginnen soll. Insofern empfehle ich Ihnen immer den Doppelklick. Damit sind Sie auf der sicheren Seite und haben ein bisschen weniger Arbeit. Diese Art und Weise können Sie Ihren Kalender zunächst einmal mit Terminen vollstellen. Und gerade für die Besprechungsplanung und die Einladung durch andere ist es schon wichtig, dass Sie kennzeichnen, wann sind Sie verfügbar, wann nicht. Wenn Sie also genau wissen, dass die bestimmte Tage nur halbtags da sind, tragen Sie sich doch einfach einen Serientermin für nachmittags ein. Ab 13 Uhr, wöchentliche Wiederholung. Schon ist jedem klar, dass Sie nur bis 13 Uhr da sind. Und selbst wenn Sie nicht genau wissen, was Sie zu einem gegebenen Zeitpunkt tun, wenn Sie wissen, dass Sie da Dinge zu erledigen haben, tragen Sie sich einfach einen schnellen Blocktermin ein. Es muss ja gar nicht so feingliedrig sein. Von 9 bis 12 Uhr Dinge erledigen und Sie führen selbst eine Liste, was Sie zu tun haben. Das sehen die anderen im Zweifelsfall sowieso nicht. Einer, der eine Besprechung plant, sieht ja bloß, ob Sie verfügbar sind oder nicht. Und in dem Fall kann man ja dann immer noch miteinander telefonieren, wenn es wirklich dringend ist.